Ich denke auch in meinem gewohnten Umfeld zu Hause, Freunde, Verwandte und dann werden wir es sicherlich auch mal richtig krachen lassen. Da werden ein paar Korken fliegen und da freue ich mich auch immer drauf. Wie gesagt, ich bin nicht so oft zu Hause und da muss man die Zeit wirklich gut nutzen. Und das werde ich sicherlich dieses Jahr auch tun. Es wird wieder eine Veränderung, denn in den letzten sechs Jahren hatte ich immer eine Training-Session, weil es in England immer ein Spiel gibt, am 2. Januar. Es war also nicht eine große Chance, es zu feiern. Diese Zeit haben wir noch ein bisschen mehr Chance, also werde ich es mit meiner Freundin oder Freundin spenden. Ich gehe in die Strande mit meiner Familie und ich warte auf das neue Jahr zu kommen. Ich gehe schwimmen und so. In Dubai. Ich hoffe, wir haben ein cooles Feuerwerk und es wird sicher schön.